Mario und Detlef sind Sporttaucher. Heute sind sie am Bodensee, sie waren aber auch schon in Amerika. Und heute suchen sie das Abenteuer im Bodenseegewässer. Warum? Weil es geil ist, weil es eine schöne Steilwand hat, was einfach Spaß macht. Ich habe es schon rausgehört. Mario sucht das Abenteuer schwerelos an einer Steilwand. Mit gefühlt grenzenloser Tiefe möchte es schweben und da ist der Bodensee genau richtig. Besonders im Winter, wenn die Wintertauchplätze geöffnet sind, bietet der See ein ganz anderes, mehr als beeindruckendes Bild. Das Wasser beginnt klarer zu werden und die Sonnenstrahlen dringen bis in große Tiefen vor. Mit 34 Equipment Package verschwinden sie nun, Mario und Detlef, in den Umweiten des Sees. Und man sieht dann nur noch die Luftblasen. Unsere Kinder begleiten sie vom Strand aus mit ihren eigenen Luftblasen, mit Seifenblasen, die auch schön sind und mit Tauchen nicht viel zu tun haben, aber dafür schöne Farbreflektionen hergeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017